Das eigene Gemüse und den eigenen Salat anzubauen, ist absolut im Trend. Doch nicht jeder hat ein großes Grundstück oder einen großen Garten. Wer es trotzdem machen will, für den sind urbane Gewächshäuser eine Lösungsmöglichkeit. Das urbane Gewächshaus ist gekennzeichnet dadurch, dass es eine relativ geringe Breite hat. Die beträgt 2 Meter oder 2,15 Meter und gleichzeitig aber eine große Seitenwandhöhe besitzt, sodass Tomatenpflanzen beispielsweise auch direkt an die Seitenwand herangepflanzt werden können und sich da prächtig entwickeln können. Nach Glemping, Detoxing oder Cocooning heißt der neue Trend Urban Gardening. Auch junge Familien heutzutage möchten einfach ihr eigenes gesundes Gemüse anbauen und die urbane Gewächshäuser bieten einfach die Möglichkeit, auf kleinstem Raum einen sehr hohen Ertrag zu erzielen. Urban Gardening ist nichts anderes als Gärtnern in der Stadt. Und weil da die wenigsten einen großen Garten besitzen, müssen andere Lösungen her, zum Beispiel ein urbanes Gewächshaus. Das urbane Gewächshaus hat grundsätzlich eine relativ geringe Grundfläche. Die fängt bei 2,7 Quadratmeter an, geht dann bis 11 Quadratmeter hoch und ist eigentlich dafür gedacht, dass heutige Siedlungen oft nur über kleine Grundstücke verfügen und bei kleinen Grundstücken eben auch wenig Platz für einen Gemüsegarten ist und man mit diesem Gewächshaus eben auch in kleine Nischen nah ans Haus ranrücken kann. Man hat kurze Wege zum Ernten, zum Pflegen der Pflanzen. Knapp 800 Euro kostet ein qualitativ hochwertiges Einsteigermodell. Technisch entspricht das urbane Gewächshaus dem klassischen Gewächshaus. Das heißt hochfeste, dickwandige Aluminiumprofile und eine Verglasung aus Stegdoppelplatten mit 6 oder 16 Millimetern Stärke. Entsprechend auch die Pflege des urbanen Gewächshauses. Die Pflege ist eigentlich gleich wie im normalen Gewächshaus. Man muss halt einfach achten, dass es vielleicht manchmal ein bisschen am Randrand schneller austrocknet. Aber das ist überall gleich. Man muss am Anfang beachten, dass die Pflanzen halt, wenn man sie früh pflanzt, also Anfang März bis Mitte März sollte man ja den ersten Salat schon im Gewächshaus haben, dass man natürlich nicht so einen Blumenkohl oder so setzt, wo praktisch die Tomate hinkommt. Weil hier kann man schon den ersten Salat ernten und dann kann man schon die Tomate reinsetzen. Dann ist auch die Tomate an dieser Stelle eben gut platziert und sie hat richtig schön Platz, um sie zu ausbreiten. Nach Salat und Tomaten folgen jetzt beim Anbau Kohlrabi, Blumenkohl, Brokkoli und Radieschen. Damit alles wächst und gedeiht, ist das Lüften im Gewächshaus entscheidend. Damit sich kein Schwitzwasser bildet, sollte schon morgens gegen 8 Uhr gelüftet werden. Beim Gießen kommt es aufs Wetter an. Bei kühleren Temperaturen gilt einmal pro Woche, sobald es wärmer wird, täglich. Für frisches Gemüse, auch ohne großen Garten. Bauen und Wohnen, schalten Sie ein. Ich freue mich auf Sie.